Und wieder eine schöne Stadt, von der ich nur einen Bahnhof sehen kann. Am Stetten bin ich, wo immer das auch mal wieder ist. Jetzt warte ich auf den nächsten Regionalexpress, der mich dann in ein weiteres schönes kleines Dorf bringt, wo ich wahrscheinlich auch nur den Bahnhof sehen werde. Da in den ersten Bus einsteige, wenn er fährt, weil es genau im Hoefassergebiet ist. Dann geht's noch in einen weiteren Bus. Und dann hoffe ich, dass ich dann miesig mit Beeldrück ... … ähm ... … erreichen werde. Es ist total knapp. Meine Haare waren mal all glatt, nach oben. Quasi ungefähr so. Jetzt sind sie aber eher so. So, mein Lichtblick, wenn ich heute dann noch schaffen würde, wieder nach Graz zu kommen, das ich ja ab heute Abend das erste Mal Couchsurfen werde. Da bin ich sehr gespannt auf mein Host. Die Julia wird mich empfangen am Grazer Hauptbahnhof. Da bin ich sehr gespannt, aber ich habe ja auch noch so eine kleine Prüfung, die ich jetzt dann noch nachholen darf, wenn ich den richtigen Campus gefunden habe. Mal schauen, mal schauen, sonst gerade eine wützige Familie, da saß ich im Vierer mit bei und der kleine Junge war ein bisschen hyperaktiv, hat so ein bisschen um sich gehauen, aber da hat er ein bisschen Schokolade reingestopft bekommen. Dann war das auch wieder gut, er hat ein bisschen Men's Health gelesen. Na gut, that's all for now, in ein paar Minuten kommt mein Zug. Catch you later!